ja servus zusammen willkommen hier in der domatic world bei draußen erleben mit allen neuheiten hier live anzusehen wie das ftx pico 1x1 das ein personen aufblasbare zelt mit integrierter aufblasbaren iso matte hier zu sehen ist fest verbunden mit dem zelt ist im nu aufgebaut auch die dachzelte leider ist das aufblasbare dachzelt noch nicht gekommen wird hoffentlich bald nachgeliefert tische stühle und auch hier der hub zu sehen ja schaut vorbei wir freuen uns auf euch tschüss tschau